Ladies and Gentlemen, this is Radio Free Pangea. Let's subscribe to our reporter, Universal Innocent. Hallo. Heute am 6. Juli 2015 haben Sie ja nicht unbedingt die falsche Plattform erwischt, aber immerhin eine, wo nicht der komplette Beitrag von Das fällt mir dazu ein, die 35. Folge schon. Zu sehen ist, die ist nur auf myvideo.de komplett zu sehen. Hier, wie üblich, die letzten Wochen, muss ich sagen, es sei denn, irgendwann wird es sich mal ändern, aber es ist noch nicht absehbar. Oh, ich habe ja in dem großen Beitrag vergessen, die Telekom abzuwaschen, aber das macht nichts. Jedes Mal macht es auch keinen Spaß, es ist auch langweilig. Nicht langweilig war es, eine gelbe und eine rote Karte zu verteilen an alte Regime, an aktuelle Regime. Was läuft da hinten? Ja, das sind die Folgen. Und das sind die neuen Kriegstreiber, auch wenn sie andere Töne anstrengen. Das ist das Thema Gesundheit nur gewesen, nur streift klein wenig. Und er, der Textman, ja, der fordert eben, äh, okay, also, Folgen vom Grexit haben wir gar nicht so tief. Ich glaube eher, dass die Arten Griechen gar nicht, äh, wissen, was sie tun. Ja, in manchem Vorspann läuft das ja so. Und in diesem Sinne würde es mich freuen, wenn wir uns bei myvideo.de wiedersehen werden. Bis dahin. Ciao.